Hallo ihr Lieben, heute zeige ich wie und auch wie gut man ein Backblech mit Hilfe von Backpulver, alternativ ist auch Natron möglich, und Essig reinigen kann. Dafür benötigt ihr drei Packungen Backpulver, das sind ungefähr 45 Gramm oder die gleiche Menge Natron. Außerdem 50 Milliliter Essig oder wenn ihr Natron verwendet 75 Milliliter Essig und so viel heißes Wasser, dass der gesamte Boden des Backblechs dünn bedeckt ist. Lasst diesen nun 15 Minuten einwirken und schüttet die Flüssigkeit dann herunter. Mit einem normalen Schwamm lässt sich die Verschmutzung jetzt einfach lösen. Wenn ihr, wie bei mir, auch Verschmutzung am Rand des Bleches habt, könnt ihr auch einfach dünne Putzlappen oder auch Küchenpapier in die Essig-Backpulver-Wassermischung tauchen und es so auf den Rand legen. Dann lässt sich auch dort alles gut beseitigen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.